Ich fange noch mit dem Stilengebet an. Kann jemand bitte Daniel 11, Vers 41 lesen? Entschuldigung, nochmal wiederholen. Daniel 11, Vers 41. Sollten wir eigentlich alle ausfällig kennen, den Fels? Und er wird ins Land verzehrt und einbringen. Und viele Länder werden zu Fall kommen. Diese aber werden seiner Hand entkommen. Gedum und Noah und die vornehmsten der Kinder am Morgen. So, online konntet ihr das vielleicht hören, beziehungsweise könnt ihr es daheim mitlesen. Daniel 11, Vers 41 kommt aus dem Studium Daniel 11, 40 bis 45. Und welche zwei Mächte kämpfen in diesen Versen, in diesen letzten Versen von Daniel 11? Wer kämpft da miteinander? Der König des Nordens und der König des Südens. Perfekt. Also Daniel 11 wissen wir von den Pionieren schon allein, dass es ein Krieg ist zwischen dem König des Nordens und dem König des Südens. Jorah Smith in seinem Buch gibt sehr viel Aufschluss darüber, sowohl auch diese Bewegung erklärt die letzten fünf bis sechs Verse, wo Einweid gesagt hat, die sind in ihrer Zeit noch Zukunft, bis auf Vers 40. Vers 41, wussten wir immer, ist welches Ereignis? So, wir haben gesagt, Vers 41 ist das Sonntagsgesetz. Warum ist Vers 41 das Sonntagsgesetz? Ich würde sagen, wegen der Formulierung, wie der Vers formuliert wird, weil es sagt, es wird auch in das herrliche Land kommen und viele werden unterliegen. Aber diese werden seiner Hand entfliehen. Und dann sagt Edom, Moab und Ammonita. Und die Formulierung, glaube ich, sagt das. Also Raquel sagt, die Formulierung des Verses sagt uns das Test des Sonntagsgesetzes. Das Vers 41 des Sonntagsgesetzes. Habe ich dich richtig wiedergegeben, Raquel? Ich meine, ja. Okay. Wer ist denn, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil für einige aus der Bewegung ist das ein Studium, was sehr viele Jahre zurückliegt. Für andere haben es noch nie studiert. Wer ist denn der R in Vers 41? Okay, fangen wir von vorne an. Vers 40. Wie lehrt die Bewegung Vers 40? Okay, jetzt bin ich schon bei der nächsten Frage. Vers 40. Wie lehrt die Bewegung diesen Vers? Vers 40. Vers 40. Wie viele Daten beinhaltet 1798 und 1909. Also es gibt zwei Teile zu Vers 40. Welche zwei Teile sind das? A und B. A und B. Definiere A und definiere B. A ist 1798 und B ist 1989. Perfekt. Und jetzt erklärt mir hier noch jemand, wo finde ich Vers A und B im Vers? Raquel hat uns die Daten gegeben. Jetzt der Vers. Im Vers selber ist es nur 1798. 1989 ist eine Interpretation von Jeff. Jetzt dieser Trick. Ich habe gefragt, wie lernen wir in der Bewegung? Daniel Vers 40. Wir machen eine Anwendung von 1798 und nehmen 1989 aus der Erfahrung des Kommissions. Ja, und das will ich jetzt noch im Vers sehen. Irgendjemand, der mir einen Vers hat. Kaka, kannst du das? Ich konnte nicht so gut hören, was Silvi gesagt hat. Die Silvi hat uns erklärt, dass unsere Pioniere Daniel Vers 40 anders verstehen, wie wir es heute verstehen. Dass wir heute anhand der vorangeschrittenen Weltgeschichte eine Anwendung von dem Vers machen und während die Pioniere nur einen Teil, Daniel Vers 40 sehen, sehen wir Teil A und Teil B. Und das hat, das ist festgehalten in Videos, in dem Winternet Seminar von 2019, 2020. Wie heißt das? Wie heißt das, wo wir im Dezember waren? Michelsberg. Michelsberg. Mit Josia Litsch. Also wer das noch nicht verstanden hat, zurückgehen zu diesen Videos, das nochmal lernen. Ist heute nicht unser Thema, wir machen heute nur Wiederholungen. Ich möchte, dass jemand, Raquel hat uns Teil A gegeben, Teil B von Vers 40. Ich möchte, dass jemand mir das im Vers zeigt. Das heißt, ihr müsst eure Bibel vor euch haben. Wo ist Teil A, wo ist Teil B? Es sind mindestens sechs oder sieben Leute, die mir das erklären müssten, können. Das hat mir Raquel schon gesagt. Raquel hat gesagt, A ist 1798, B ist 1989. Aber ich möchte es im Text sehen, weil ich sehe da keine Jahreszahl. Das heißt, zur Zeit des Endes. Kann ich versuchen. Nee, Raquel, du hast schon was gesagt. Zur Zeit des Endes. Das ist diese... Zur Zeit des Endes was? Ist diese Zahl 1798. Woher weiß ich das? Das ist ein enormes langes Studium oder... Keiner Ausreden. Das hat Schwester Weid erklärt. Schwester Weid sagt irgendwo 1798. Zur Zeit des Endes ist 1798. Sie sagt das nicht? Nein. Aber mit gewissen... Ach, wie sagt man? Puzzleteilen zusammen. Okay, Puzzleteile. Jetzt sage ich, wo ist das Puzzleteil in Daniel 11, Vers 40? Jutta. Die Zeit des Endes ist die Zeit des Endes von den 1260 Jahren päpstlicher Vorherrschaft. Okay. Weil dann der Papst gefangen genommen wurde 1798. Das heißt, Jutta bezieht sich jetzt auf einen großen Kampf und versucht es zu erklären. Aber jetzt sage ich nochmal, ich möchte es in diesem Vers wissen. Aber danke, Jutta. Trudi, wo ist Teil A in dem Vers? Wo fängt er an? Wo hört er auf? Und wo fängt Teil B an? Und hört er auf? Darf ich nochmal was sagen vielleicht? Warte, Jutta. Schnell noch die Trudi. Okay. Und dann du, ja? Hört auf nach Zusammenstoßen. Und dann der König des Nordens, also Amerika, wird gegen ihn anstürmen, in Wagen und Reifen, gegen den König des Südens. Perfekt. Jutta, was wolltest du sagen? Genau das Gleiche. Willst du es nochmal für die Aufnahme sagen? Weil dann muss ich nicht wiederholen, was Trudi gesagt hat. Dass der König des Nordens und der König des Südens zusammen, eben zusammenstoßen. Und... Welcher Teil ist das? Bitte? Welcher Teil ist das? Also wir haben zum Beispiel Teil A, da stoßt der König des Nordens mit dem König des Südens zusammen. Genau. Ja. Und Teil B? Und Teil B ist der König des Nordens und der König des Südens genauso. Und was macht der König des Nordens im Vers? Er stürmt gegen den König des Südens an. Mit was? Mit Reitern und Schiffen und Wagen. Perfekt. Also wir sehen, ähm, wir sehen zwei Teile in Vers 40 heutzutage. Teil A und Teil B. Und wir sehen Teil A, äh, die Erklärung von Ellenwald im großen Kampf. Der König des Nordens gegen den König des Südens, die Krieg führen. Und wir finden die Erklärung, wie der Papst, der König des Nordens 1798 gefangen genommen wird. Deswegen wird Daniel 11, Vers 40, ähm, 1798 markiert. So, wir wissen, die Himmeleridenzeit geht vorbei. Und dann sehen wir 1989. Und wir sehen, wie der König des Nordens mit, äh, Wagen, Reitern und Schiffen, welches Symbole für militärische und ökonomische Macht ist, gegen den König des Südens anstürmt. Und die Symbolik passt perfekt auf die Ereignisse von 1989. Und so haben wir Teil A und Teil B, äh, welches die Bewegung heute lernt. So, ähm, wir gehen jetzt voran, weil wir wissen, hier gibt's noch Raffian Panium. Nochmal eine Wiederholung, nochmal zwei Kämpfe von dem König des Nordens und Südens. Aber das wollen wir heute nicht behandeln. Wir wollen Vers 41 haben. So, wir wissen, es geht um König des Nordens, geht um den König des Südens. Und jetzt fängt, äh, geht es weiter in Vers 41 mit er. Er wird auch irgendwo eindringen. Wo dringt er ein? In das herrliche Land. Herrliche Land. In meiner Übersetzung, es im Gesamt heißt, ins Land der Zirne. Aha. Ins Land der Zirne. Jetzt ist mal die Frage, was ist das herrliche Land? Die USA. So, das kommt aus der Pistole rausgeschossen von jemandem, der in der Bewegung ist, dass das herrliche Land die USA ist. Habt ihr das schon mal in der Lektion irgendwo in der Gemeinde gesagt? Nein. In der Gemeinde, die SDA, behauptet, dass das herrliche Land die Gemeinde ist. In adventistischen Rängen wird es nicht als selbstverständlich angesehen, dass das herrliche Land die USA ist. Es gibt unterschiedliche Interpretationen. Eine weit verbreitete ist, dass die SDA-Gemeinde das herrliche Land ist. Warum? Weil, so wie sie sagte, ursprünglich vielleicht auch da steht, das Land der Zirne und Jerusalem, Israel wurde aus, als das Land der Zirne im Alten Testament beschrieben. Und weil Israel damals das Volk Gottes war, so habe ich es damals verstanden, dass eben, dass heute hier auch in Offenbarung, dass wieder das Land Gottes, äh, nicht das Land, das ist wieder, das Volk Gottes gemeint ist. Habt ihr das Kommentar online verstanden? Kann man das hören? Es geht. Es geht. Also besser wäre nochmal wiederholen. Also, man könnte eventuell sagen, dass das herrliche Land, ähm, die Adventgemeinde ist, einfach von dem Verständnis her, dass die, die Adventgemeinde... Platz sparen. Das ist die Adventgemeinde des modernen Israels. Wir wissen, das alte Israel war Gottes Volk. Und was wollte, was wurde dem... Das Problem ist, wenn man oberflächlich und einfach denkt, da machen die Dinge Sinn. Ja, die Adventgemeinde ist das herrliche Land, weil wir wissen ja, Jerusalem war das herrliche Land. Denkt man aber ein bisschen tiefer nach, dann weiß man, was ist dem alten Israel gegeben worden. So, Gott hat gesagt, ich will ein Volk. Ich will ein Volk. Und was gebe ich Ihnen? Raquel? Die Wahrheiten, die Gesetze. Er gibt Ihnen ein Land. Ein Land der Verheißung, wo das Volk wohnen kann. So, äh, ab 1798, ähm, dem modernen Israel wird auch, sage ich jetzt mal, ein Land verheißen. Aber wer ist die, was ist das für ein Land? Die USA. Die USA. Aber jetzt müssen wir vorsichtig sein, weil welche Gefahr laufen wir jetzt auf? Damals, als Israel das herrliche Land bekommen hatte, welche politische Regierung hatte man? Welche Form? Jutta, bitte. Ah, nee, Entschuldigung, ist doch nichts. Kein Problem? Kirche, Staat. Kirche und Staat. Wir könnten sagen, eine Theokratie haben die geführt. So, sind die Adventisten dazu berufen, in das moderne Israel, ich nenne es moderne Israel, sind sie dazu berufen, eine Theokratie hier auf dieser Welt zu errichten? Nein. Und jetzt haben wir das Problem mit den Evangelikalen. Die Evangelikalen glauben nämlich genau das, dass die USA das Land gegeben ist, das moderne, herrliche Land, wo sie wieder eine Theokratie, Kirche und Staat, aufbauen sollen. Aber wir Adventisten wissen es besser, sollten es besser wissen. Die USA ist zwar dieses moderne, herrliche Land, was gegeben wurde, aber nicht mehr als eine Theokratie, sondern jetzt als was? Welche politische Form wäre heute die richtige? Demokratie. Keine Demokratie. Getrennt. Kirche und Staat getrennt. Ja. Was ist Amerika? Was macht Amerika so stark, das Lamm? Verfassung. Verfassung? Und welche? Trennung von Kirche und Staat. Trennung von Kirche und Staat, das hat sie wie auch gesagt, reicht mir aber nicht aus. Wann nur? Also, als was wurde Amerika gegründet als erste Nation dieses Globus? Es war ein Versuch, den ganz Europa zugeschaut hat. Ich möchte sie mal. Ich möchte sie mal. Sag mal. Aber es wären vielleicht nur die Worte, weil in die Verfassung steht, alle Menschen sind gleich, aber damals haben sie das nicht erlebt. Ich möchte sie sagen, welche politische Regierungsform hat die USA? Meinst du eine Republik? Ja, perfekt Rainer. Es war die erste Republik. Was macht eine Republik so anders, so mächtig, so gut, sage ich jetzt mal? Geht vom Volk aus. Geht vom Volk aus. Das geht aber auch nicht Demokratie. Was ist der Unterschied zwischen einer Demokratie und einer Republik? Hattet ihr Politik in der Schule damals? Nein. Freiheit und Gerechtigkeit. Na, hier, Rocco? Freiheit und Gerechtigkeit, oder? Freiheit und Gerechtigkeit, ja? Alle Menschen. Für alle Menschen. Was macht den Unterschied zwischen einer Republik und einer Demokratie? Es ist, Republik ist eine Verbindung von Staaten. Und von mehreren Staaten. Und eine Demokratie kann in einem einzelnen Staat sein. Also, das könnte vielleicht ein Unterschied sein. Das könnte ein Unterschied sein, aber es ist nicht vielleicht, das müsste ich nochmal nachschauen, aber es ist nicht das, was ich heute betonen möchte. Das ist Republik Deutschland. Und wir sind Demokratie. Eine Republik ist dafür da, die Minderheiten zu schützen. Das macht eine Republik so mächtig, so anders zu einer Demokratie. Eine Demokratie ist einfach nur die Mehrheit. Was wollen die Menschen? Wenn 51 Prozent so wollen, dann okay. Aber eine Republik regelt auch noch die Rechte der Minderheiten. Sie ist für den Schutz der Minderheiten da. Das hat Amerika so mächtig gemacht. Das heißt, ja, Todi? Eine Demokratie nicht? Nicht in der gleichen Form. Demokratie ist natürlich auch wichtig, ja, dass von unten her die Macht kommt, ja. Also, das Volk wählt und so weiter. Das sind alles Dinge, richtig. Aber eine Republik ist eine Art von Demokratie in der Hinsicht. Somit reicht es nicht einfach. Deswegen sehen wir heute, wie vorhin Mama es gesagt hat, deswegen sehen wir oft in Ländern eine demokratische Republik. Warum reicht es nicht aus, Demokratie zu sagen oder sowas? Nee, da ist ein Sinn dahinter, demokratische Republik, weil es eine politische Einstellung ist. Es geht um Demokratie. Man hat aber auch eine Republik. Das heißt, man kann wählen. Mehrheiten gewinnen auch. Aber es wird auch Schutz für Minderheiten garantiert. Tamina, ich habe eine Frage. Okay, ist klar. Was ist mit der chinesischen Republik? Die heißt ja so, oder? Das wüsste ich nicht. Das müsste ich nochmal schauen, was deren Verständnis von Republik ist. Da hat jeder sein eigenes Verständnis. Ich weiß nur, damals mit dem Studium über die Reform, die erstens Amerika, wie Amerika gestanden ist und dann die ganzen. Das ist ja praktisch, Amerika war der Versuch. Wir haben die französische Revolution, ist gescheitert. Amerika hatte sehr ähnliche Ansätze und hatte Erfolg. So, jetzt tut die, die neue Welt ist zu einer Republik geworden und die alte Welt beäugt, was passiert mit dieser neuen Welt. In der alten Welt waren noch Monarchen und sie beobachten mit ziemlich genau, was passiert mit dieser Republik. Und das Problem ist, dass das, was in Amerika passiert ist, zurück in die neue Welt übergeschwappt ist. Und deswegen sehen wir gerade in den 1830ern und 40ern so viele Revolutionen in Europa, wo wir dann sehen, die Geschichten dann, es gab ja etliche weitere französische Revolutionen, aber auch die Revolution von Blum, wenn ihr euch daran erinnert. 1848, 9. November, das sind diese ganzen Revolutionen, die dann in etlichen Ländern in Europa stattgefunden haben, die aber nur gewisse Reformen eingebracht haben, aber irgendwie das Fundament gelegt haben, dass dann nach dem Ersten Weltkrieg die Monarchie abgeschafft wurde. Ja, und viel sind ja Republiken daraus entstanden und aus diesem, aus diesem Kontext heraus habe ich verstanden, was eine Republik ist. Ich habe aber nicht nach China geschaut und wie, was da los ist, warum die das sind, weil ich denke nicht, dass China heute eine Republik wäre, wie es eigentlich ein Verständnis in Europa und Amerika ist, soweit ich es verstehe. Das müsste ich nochmal nachschauen. Das ist zum Beispiel die Moral Majority. Moral Majority. Genau, das ist dann die Moralische Mehrheit, oder? Das ist dann auch sozusagen Demokratie. Das ist eigentlich auch nicht unbedingt ungefährlich. Weil dann die Mehrheit dann auch nicht geschickt ist. Moral Majority, die Moralische Mehrheit, ist in dem Sinn sehr gefährlich, weil durch Demokratie gewählt werden kann, dass es keine Schwangerschaftsabbrüche mehr geben darf. Weil 51 Prozent das sagen. Eine Republik müsste aber sagen, okay, 51 Prozent wollen das so, aber die 10 Prozent der Minderheit müssen wir schützen. Und deswegen gibt es Gesetze, wo die Mehrheit nicht darauf zugreifen kann, in der Hinsicht. Und das ist dieser Kampf der Kulturen, den wir in Amerika oder überall auf der Welt sehen. Gewinnt die Mehrheit die persönliche Freiheit? Oder schränken wir die Freiheit des Einzelnen ein, um Gleichberechtigung, gewisse Rechte für jeden zu schaffen? Darum geht es ja. Macht das Sinn? Absolut, ja. Okay. Aber welche Länder sind denn noch in den Kollegen? Viel. Geh auf die Liste, es ist unglaublich viel. Weißt du, wir kennen, ich musste mal, es ist schon eine Zeit jetzt her, ein paar Jahre, eine Liste machen, wo auch in welchen Ländern die Bewegung vertreten ist. Und du kennst dann, ich könnte jetzt keine Beispiele mehr sagen, weil es zu lang ist, aber du kennst zum Beispiel, du denkst, das ist ein, du sagst, das ist Russland. Aber das ist noch nicht mal der richtige Name eigentlich von dem Land. Sondern in Russland ist, glaube ich, auch das Wort Republik oder so drin oder föderale oder sowas. Auch in Deutschland, ja. Ich sage Deutschland, aber es ist eigentlich gar nicht der richtige Name von Deutschland und so weiter. Und da sieht man eigentlich, wie viel das überall vertreten ist. Ob die Regierungen heute noch so fungieren und so weiter, das sei nicht unbedingt gesagt, ja. Es gibt ja so Rankings in der Welt, wo man sieht, ja, wie steht es eigentlich um Pressefreiheit, wie steht es um Demokratie, wie steht es um Rechte für Minderheiten und so. Und wir sehen, dass Vorreiter, siehe Amerika, in den letzten Jahren eigentlich sehr nach unten gerückt sind. Und in Amerika dürfte sich eigentlich keine Demokratie mehr nennen, wenn wir das so sehen. Die hatten einen bestimmten... Sie haben schon gesagt Autokratie? Ja, noch nicht ganz Autokratie, da gibt es noch ein Zwischenwort, Autoritär. Es gibt noch ein Zwischenwort, aber es geht in die Richtung. Russland dürfte sich das auch nicht mehr nennen, es geht auch in Autärenstaat und so weiter. Also in Europa sind es Belgien, Großbritannien, Dänemark, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Norwegen, Schweden und Spanien. Republik? In Europa. Und Deutschland, deutsche Demokratische Republik? Die deutsche Demokratische Republik, Bundesrepublik Deutschland. Das waren beides eigentlich Republiken, aber wir wissen ja, die DDR war eigentlich nicht eine Republik in der Hinsicht. Das war nur der Name. Ja, also es ist komplex. Kommen wir zurück. Daniel 11, Vers 41, das herrliche Land. Also wir Adventisten sollten wissen, dass das herrliche Land die USA ist, das Gott gegeben hat für sein Volk. Aber dass das Meer auch, USA war ein buchstäbliches Zufluchtort, aber es geht auch um die politische Form. Dass Kirche und Staat nicht verbunden sind, dass Freiheit herrscht, dass die Rechte von Minderheiten geschützt werden. So, das sollten wir als Adventisten verstehen, ist aber nicht selbstverständlich. Für die USA ist das herrliche Land, das ist ein Studium aus den 19ern von dieser Bewegung. Und wer kommt jetzt in dieses herrliche Land und nimmt es ein? In Vers 41. Der König des Nordens fällt in das herrliche Land ein und tut es überwältigen. So, wenn jetzt das herrliche Land die Adventgemeinde wäre, was bedeutet das mit der Adventgemeinde? Der König des Nordens kommt in die Adventgemeinde und macht sie platt. Ist das gemäß Ellenweit? Nein, also kann es nicht stimmen. Also, das herrliche Land, die USA, die wird vom König des Nordens eingenommen. Ist das gemäß Ellenweit? Ja. Ja, da gehen wir jetzt in das Studium Sonntagsgesetz, das Bild des Tieres. Dass wir Kirche und Staat in der USA zusammenkommen und so weiter. Und da sehen wir, das ist konform mit dem, was Ellenweit sagt. So, das Sonntagsgesetz ist, wo das herrliche Land eingenommen wird. Entschuldigung. Ja, bitte, Raquel. Ich verstehe nicht ganz, wie du meinst mit der Aussage. Das passt nicht zu, was Schwester White meint. Weil, wenn wir zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich mich gut ausdrücken kann. Wenn wir denken an Apostelgeschichte, und wie das Adventgemeinde enden wird, das passt auch nicht mit Schwester White. Also, ich habe da ein Durcheinander. Ich weiß nicht, wie ich das verstehen soll. Wird die Adventgemeinde Schiffbruch erleiden? Ja. Das ist gemäß Ellenweit sogar. Auch wenn sie über Apostelgeschichte 27 nicht lehrt. In dieser Linie, wie wir sie haben heutzutage. Aber lehrt Ellenweit, dass die Adventgemeinde durch den König des Nordens eingenommen wird und besiegt wird. Da könnte man sagen, sowas ist was, was Walter Veith fast predigt oder in die Richtung geht. Aber das ist nicht gemäß Ellenweit. Wenn die Adventgemeinde untergeht und geistlich verfällt und Laodicea ist und aus dem Mund Gottes ausgespielen wird, dann ist es wegen ihren eigenen Taten nicht, weil der König des Nordens eindringt und sie überwältigt. Ah, okay. Aber wir wissen von Ellenweit, dass der König des Nordens in die USA eindringt als Gleichnis und es besiegen wird. Okay, ich glaube, ich verstehe jetzt. Das ist, was wir im großen Kampf über das Sonntagsgesetz lernen. So, das sind Standarddinge, wie wir sie eigentlich in der Bewegung seit vielen, vielen Jahren verstehen. So, wenn das herrliche Land eingenommen wird, was passiert in dem Vers? Das haben wir gerade schon behandelt. Es werden Länder entweichen. Wirklich Länder? Viele entweichen. Gut, bei ihr steht jetzt, weiß ich nicht, was du für eine Übersetzung hast, da stehen viele Länder. So, das ist der Vorteil bei der King James Version. Jedes Mal, wenn Übersetzer ein Wort hinzugefügt haben, was nicht im Urtext ist, wird es gekennzeichnet. In Vers 41 heißt es, wenn er in das herrliche Land eindringt, werden viele Länder überwältigt werden. Und das Wort Länder ist markiert, dass das von den Übersetzern damals hinzugefügt wurde. Das heißt, original müsste es heißen, er trinkt in das herrliche Land ein und viele werden überwältigt. So, das herrliche Land wird eingenommen und was passiert zur gleichen Zeit? Viele werden unterliegen. Ich habe es nur im Englischen von mir probiert. Diese aber werden seiner Hand entfliehen und dann wird aufgezählt werden. So, viele werden unterliegen. Ist das richtig? Ja. Viele fallen. Und die Frage ist, wer sind die Viele? Darüber wollte ich heute sprechen. Danke. Also, in dem Vortrag von Tess in France im Oktober letztes Jahres, da spricht sie darüber und sie zieht das auf die Bewegung. Und dann sagt sie, die vielen, die fallen werden, sind die, die mit uns gehen. Und ansonsten gesetzt werden viele davon vernehmen. Also, der Rainer bezieht sich auf Präsentationen von Tess und sagt, viele, die vielen aus Daniel 11, Vers 41 sind Mitglieder der Bewegung, die bis zum Sonntagsgesetz fallen werden. Das ist korrekt. Jetzt frage ich mich, wie erklärt man das? Wir haben zwei Fragen. Wir müssen identifizieren, warum es Mitglieder aus der Bewegung sind. Und zweitens, warum fallen sie bis zum Sonntagsgesetz? Die zwei Fragen möchte ich heute Morgen angehen. Hallo? Der Fall ist ein Wort für geistlicher Abfall. Das heißt, die Bibel sagt auch, der, der steht, solle zusehen, dass er nicht fällt. Und das heißt, wenn welche fallen, das müssen welche sein, die vorher gestanden sind. Und, ja, aber Protestanten sind gefallen bereits in diesem Zeitpunkt, auch die Adventisten sind gefallen zu diesem Zeitpunkt, kann eigentlich nur die Bewegung übrig bleiben. Und, ja, habt ihr das Kommentar online verstanden? Ja, habe ich verstanden. Okay. Aber nicht verstanden, nein. Nicht verstanden. Also, es gibt ein Bibelvers, der eigentlich allen bekannt ist, der steht, siehe zu, dass er nicht fällt. Ja? Das heißt, wenn man fällt, logische Schlussfolgerung, muss man vorher gestanden haben, damit man überhaupt fallen kann. Und die Frage, die sich dann aufwirft, wenn man weiß, okay, man musste stehen, um überhaupt fallen zu können, dann musst du jetzt um dich rum gucken und schauen, wer steht denn eigentlich? Und um zu definieren oder um zu erkennen, wer steht, muss ich was wissen? Ja, wer richtig gestanden ist. Ja, ich, ich, ich sitze jetzt und ich gucke rum und will wissen, wer von euch steht und wer sitzt. Woher weiß ich, wer steht und wer sitzt? Ich schaue euch an, ich sehe eure Körperposition, aber woher weiß ich, wo kann ich, woher kann ich intensifizieren, ob ihr jetzt steht oder sitzt? An der Position? An der, visuell kann man das sehen. Ja, ich sehe euch und ich weiß, ihr sitzt alle, bequem hoffentlich. Aber woher weiß ich, woher habe ich das, woher habe ich das geistliche Unterscheidungsvermögen, dass ich erkennen kann, dass eure Körper, Körper... Wenn ich das weiß, kann ich rumgucken und kann identifizieren, ihr sitzt alle. Und wenn einer von euch aufsteht, kann ich identifizieren, diese Person steht jetzt. Das heißt, wenn ich weiß, viele fallen, dann muss ich wissen, okay, die Fallen müssen vorher gestanden haben. Ich gucke mir um mich herum und schaue, wer steht. Wer steht, die Person kann fallen, wer auch immer steht, kann fallen. Aber ich muss wissen, was es heißt, zu stehen, um zu sehen, wer steht, wer kann fallen. Kann man es auch umgekehrt sagen, man weiß zu dem Zeitpunkt, wer gefallen ist, also muss ich gucken, wer noch steht. Nein, du musst wissen, wie es aussieht, zu stehen, wie sieht es aus, nicht zu stehen, um zu sehen, wer überhaupt fallen kann. Und du hast vorhin gesagt, alle sind schon abgefallen, können ja dann nur die Bewegung sein. Das heißt, wir schauen in die Welt und wer sehen, wer ist gefallen, sitzt, wer steht nicht, wer ist gefallen. Wir fangen mal ganz einfach an. Alles, was nicht christlich ist, wissen wir, steht nicht. Katholiken, wissen wir, steht auch nicht. Protestanten, wissen wir, sind die Kinder der Hure geworden, stehen auch nicht. Wer bleibt noch uns übrig? Wir haben noch die Atheisten, wo wir wissen, die sind gottlos, die stehen auch nicht. Die Welt steht nicht. Das heißt, wir können sehr schnell als Adventisten auf zwei Gruppen uns reduzieren. Welches die STA ist, mit ihrer konservativen und liberalen Meinung und die Bewegung. Und dann müssten wir herausfinden, steht die STA? Das ist das, was wir beweisen müssen. Steht die STA oder steht sie nicht? Sie steht nicht. Sie steht nicht. Am Sonntagsgesetz, wissen wir von Schwester Weid, steht sie nicht, dann fällt sie, die STA. Das heißt, bis zum Sonntagsgesetz steht die STA. Sie steht jetzt schon nicht. Sie steht jetzt schon nicht. Woher wissen wir das? Das müssen wir vergleichen. Vergleichen? Welche in der Mitternachtsrufbotschaft, ich mache es euch einfach, in der Mitternachtsrufbotschaft, welches ist unsere Lieblingslinie, um aufzuzeigen, dass die STA nicht mehr steht? Apostelgeschichte 27, welche Wegmarke? Nein, nein. Wo Schiff hoch erleidet. Was passiert an Kniedus? Das Schiff kommt vom Kurs ab. Das heißt, die STA hat noch keinen Schiffbruch erlitten, aber sie ist nicht mehr auf dem Kurs. Was bedeutet, sie sind nicht mehr das Licht der Welt, was sie sein sollten. Was bedeutet, sie stehen nicht mehr. Sie sind Laodizea. Das heißt, wir könnten dieses Studium nehmen von Apostelgeschichte 27. Wir könnten aber auch das Studium von Laodizea und der Gemeinde nehmen oder das Studium von der Taufe, wo wir sehen, der alte Bund ist abgetan. Gott hat einen neuen Bund. Und wir können sehen, die STA ist nicht mehr die Gemeinde, die steht. Was bedeutet im Umkehrschluss, dass nur noch die gegenwärtige Wahrheitsbewegung ist diejenige, die steht. Und zwar, ob man das sehen könnte in die Herstellungslinie. In der Wiederherstellungslinie. In der Wiederherstellungslinie? Ja, von Elen zu Elen. Nicht unbedingt. Außer du gibst mir einen Vorschlag. Ich würde sagen, wenn man die Linie der Herstellung sieht und man die drei verschiedenen Sünden sieht. Die erste Eva, die zweite Kain und der dritte Rassismus. Und dann die Wiederherstellung am Ende der Welt, wo in umgekehrter Folge diesen Sünden oder diesen Sünden dann als Probe, um zu sehen, wer zu Gott steht und wer nicht zu Gott steht, genommen werden. Und da würde ich sehen, dass die Adventgemeinde nicht steht. Das Problem, was du damit hast, Raquel, ist, dass es nicht so offensichtlich ist. Wenn wir zum Test von der Rasse kommen, dann würde es offensichtlich sein, dass wir schwarze männliche Prediger haben, schwarze männliche Missionare, dass ein Schwarzer neben einem Weißen in der Gemeinde sitzen kann und so weiter. Es gibt offensichtlich, oberflächlich gibt es kein Rassismus. Oberflächlich wurde die Botschaft von Johnson & Wagner angenommen bezüglich Anbetung und Sabbat und so weiter. Es ist nur, wenn wir ganz tief in die subtilen Ecken gehen, wo wir merken, in der Adventgemeinde herrscht immer noch Rassismus. In der Adventgemeinde wurde der Sabbat und Anbetung immer noch nicht richtig verstanden. Aber ich denke, ich würde sagen, es ist nicht der erste Ort, wo ich hingehen würde, um zu zeigen, wie die Adventgemeinde heute gar nicht mehr stehen kann. Weil du würdest sofort Argumente kriegen, dass es keine Rassendiskriminierung in der Gemeinde mehr gibt. Und dass es keine Rassentrennung gibt in den Gemeinden und, und, und. Also, Midas war ja 68. Ja. Also, von da ist die SD auf den Kurs abgekommen und sie kam nie wieder auf den Kurs. Ja, kam nie wieder auf den Kurs, bis sie fällt. Was bedeutet, das würde ich sagen, plus die Linie mit der Taufe, wo wir ganz klar sehen, der alte Bund ist abgeschafft und es ist der neue Bund, den man eingehen muss. Mit der siegreichen Gemeinde. Die kämpfende Gemeinde ist passé, die ist out of date. Die siegreiche Gemeinde ist diejenige, in der man sein muss, die steht und siegt. Gut, also Fazit. Viele Fallen. Die viele sind die Mitglieder der Bewegung. So, ich hoffe, dass wir die erste Frage beantwortet haben. Wie kann es sein, dass in Daniel 11, Vers 41 die viele Mitglieder dieser Bewegung sind? Und soweit sind wir klar, warum es Mitglieder der Bewegung sein müssen. Lässt uns jetzt noch den Punkt 2, der Zeitpunkt des Falls. Woher wissen wir, abgesehen von Daniel 11, Vers 41, warum die Leute gerade da fallen? Und da haben wir auch etwas aus der Mitternachtsrufbotschaft, das uns viel Klarheit gibt. Wir kennen die Zitate von Ellen White, wo sie sagt, das Sonntagsgesetz ist der große, letzte, große Test für Gottes Volk, wo seine Erlösung festgemacht wird. Da entscheidet sich anhand dieses Tests, entscheidet sich, ob die Person gerettet ist oder nicht gerettet ist. Wir kennen die Zitate über das Sonntagsgesetz. Aber wenn wir jetzt zeitlich diese, ich nenne es jetzt mal diese Sichtung, mehr Details haben wollen, welche Linie, welche Regel, fast Regel würde ich schon sagen, würden wir uns aus der Mitternachtsrufbotschaft zu Hilfe holen? Um jetzt Details bezüglich dieser Sichtung aufrufen zu können, wo wir sehen, okay, wie sehen wir denn eine Person fallen? Wie geht diese Sichtung voran? Wir wissen jetzt, okay, es sind die Person rechts und links von mir kann fallen. Es ist nicht die Person da drüben, sondern es ist die Person, die neben mir sitzt, die fallen kann. Aber jetzt wollen wir mehr die Details über die Sichtung erfahren, die Zeit, die zeitliche Abfolge. Was kann ich mir da zur Hilfe holen? Boston, Concord, Exeter, die Botschaft kommt an und dann wird sie formuliert. Wir müssen sie annehmen und dann kommt der Test. Perfekt, Jutta. Wir würden uns Boston, Concord und Exeter dazu zur Hilfe holen. Das heißt, ich zeichne das jetzt mal auf. Will jemand nochmal erklären, wo wir Boston, Concord und Exeter herbekommen ursprünglich? Boston, Concord und Exeter ist nur ein Name, ein Symbol für etwas. Das war die Kernmitglieds von den Militern und die nennen wir Geschichte in unserer Zeit. Das heißt, wir haben die Botschaft von Samuel Snow, die Mitternachtsrufbotschaft. Und wir wissen, an jedem Campmeeting ist was passiert, was uns wie ein Muster gibt, wo wir immer wiederkehrend sehen, wenn eine neue Botschaft eintrifft. Und deswegen nennen wir das mittlerweile Boston, Concord und Exeter, um eine Erfahrung zu demonstrieren. Jutta, möchtest du uns das nochmal bitte erklären, genauer? Du hast es vorhin gesagt. Die Botschaft kommt an. Ja, ich kann, okay. Ich wollte nur erwarten, bis du fertig bist, mit Schreibe. Also bei Boston kommt die Botschaft an. Es kommt also eine neue Botschaft an. Dann haben wir bei Concord die Zunahme der Erkenntnis über diese Botschaft. Und bei Exeter ist dann diese Zunahme dieser Botschaft, wird dann dort konkret formuliert. Und ab dieser Formulierung geht es dann weiter ein Schritt und dann kommt der Test. Genau so, ja. Eigentlich nicht. Sie wird einfach erweitert oder intensiviert und dann wird fix formuliert und stets fest. Ja, ich fasse, ich gehe jetzt nochmal durch. Vielen Dank, bitte. Perfekt. Wir haben hier eine Wegmarke. Und an einer Wegmarke, welches ein historisches Ereignis ist, kommt eine Botschaft an. Aber, wenn eine Botschaft ankommt, wissen wir, ein göttliches Naturprinzip ist es, dass man sich immer weiterentwickelt. Alles wird immer, es ist ein Prozess, das Verständnis. Etwas kommt an, aber dann blüht es auf. Es nimmt zu. Erkenntnis nimmt zu. Und die Erkenntnis über was? Über die Botschaft. Über die Botschaft, die angekommen ist. Und irgendwann hat man so viel Erkenntnis, dass man jetzt was sagen kann. Jetzt können wir sie fixieren. Jetzt haben wir so viel verstanden, dass wir die Regel, das Prinzip sehen können. Warum sage ich Regel, Prinzip? Ich sage es wie zum Beispiel damals, als diese mathematischen Grundregeln herausgefunden wurden. Wie viel haben Mathematiker geklügelt und geklügelt und ihre Erkenntnis hart zugenommen, bis sie gesagt haben, das und das ist jetzt eine mathematische Regel. Und diese mathematische Regel haben wir genug verstanden, um sie immer anzuwenden. Und so ist es ein bisschen hier. Eine Botschaft kommt an. Man versteht mehr von dieser Botschaft, bis sie formuliert ist. Wir könnten auch sagen, jetzt ist die Botschaft fertig als Paket zum Versand bereit, um sein Werk zu tun. Und wenn diese Botschaft verpackt ist und sagt, hier, hier hast du das Paket, dann macht die Botschaft was? Thomas, wenn eine Botschaft auf eine Gruppe von Leuten trifft, was passiert mit der Gruppe? In wie vielen Gruppen? In zwei Gruppen. Das ist, jetzt nur der Thomas, wie nennen wir das? Wie nennen wir das, wenn eine Botschaft auf eine Gruppe trifft und dann wird die Gruppe in zwei Anbetungsklassen getrennt? Wie nennen wir das Ganze nochmal? Sichtung. Nicht ganz, wir wollen den Thomas hören. Das ist dieser lange Satz, den wir durchgearbeitet haben. Ist es nicht so, dass dann die Arbeit Christi... Ja, das Punkt, Punkt, Punkt ist die Arbeit Christi und dieses Punkt, Punkt, Punkt will ich wissen. Hergestellt und demonstriert. Ne, vorher? Vorher. Das ewige Evangelium. Perfekt. Das ewige Evangelium. Das ewige Evangelium ist eine Botschaft, die ankommt, die zunimmt, die verstanden wird, die verpackungsbereit ist, die auf eine Gruppe von Menschen trifft, sie spaltet. Und die eine Gruppe ist für ewige Verdammnis und die andere Gruppe ist für das ewige Leben. Das heißt, wenn wir das Sonntagsgesetz, wenn wir wissen wollen, wie der Fall aussieht, müssen wir uns Boston und Concord zur Hilfe nehmen. Boston, Concord und Anxeter. Wir wissen, wer fallen wird, also jetzt nicht buchstäblich welche Person, sondern wir wissen, wo die Sichtung stattfinden wird. Und jetzt haben wir mehr Details über, wie die Sichtung aussehen wird. Wir können jetzt das ewige Evangelium bei der Arbeit zuschauen, während wir gleichzeitig auch Akteure sind. Das heißt, wenn es um das Sonntagsgesetz geht, der große Test, Jutta Wannfeng, wo befindet sich auf dieser Linie das Sonntagsgesetz? Jetzt muss ich gerade nochmal gucken, weil ich war gerade in der Bibel was am Lesen nebenher. Nochmal die Frage, wo befindet sich auf dieser Linie das Sonntagsgesetz? Wo würde ich das Sonntagsgesetz markieren? Warte mal. Wir haben hier Boston, Concord, Exeter und da hinten noch eine Big Marke. Wo wäre dieser große Test des Sonntagsgesetz? Jetzt bin ich gerade überrascht. Trudy? Ja, bei der Formulierung. Okay. Bei der Prozess, Formulierung zum Test. Trudy sagt von mir bis hier. Warte, dann mache ich es hier unten hin. Dann muss ich für Menschen entscheiden. Okay. In dieser Zeitspanne. Ist das, was Trudy sagt? Mama? Es fängt an, sich zu entwickeln bei S.G.A., weil das ist ja die Formulierung. Es steht fest, wo du dich entscheiden musst. Und bei S.G., also bei dem zweiten S.G. wird, wie soll man sagen, wird demonstriert, zu was sich jeder entschieden hat. Das heißt, du stimmst mit Trudy überall? Weil vorhin hast du ihr gegenüber Nein gesagt. Ja, ich hätte den schwarzen Weiden eigentlich genommen. Aber ich meine, klar, es schwillt an. Also stimmst du mit dir überein oder nicht? Es fängt im Kleinen an und es schwillt an. Ja oder nein? Ja gut, okay. Jetzt wird eure Freundschaft auf die Probe gestellt. Aber, Siby? Die Botschaft ist schon gekommen und sie hat schon zugenommen und sie wird nur noch A plus A gleich B. Das heißt, wo würdest du es markieren? Bei Exeter. Nur hier. Das ist dann, der Case kommt, also die Botschaft wird formuliert und dann ist gleich sofort der Case. Das heißt, du würdest sagen, hier ist das Sonntagsgesetz. Du hast es so schön übereinander gemalt. Das hier ist nicht 1798. Das hat nichts miteinander zu tun. Okay, also ich würde sagen, die Botschaft kommt, sie nimmt zu, sie wird formulieren und da musst du dich entscheiden. Das heißt, du hast das Sonntagsgesetz hier? Gleich dann auch. Weil es muss ja so sein, weil die Gruppen sind ja gebrennt. Also dann muss der Test als nächstes sein. Ich würde sagen, das ist ein Prozess auch. Das heißt, du stimmst mit Trudi und Mama überein. Ja, ich schaue, dass das Sonntagsgesetz gleich ist. Hier. Thomas sagt hier. Jutta? Aber die Gruppen, also der Ding hat gerade gesagt, Thomas, die Gruppen sind dann getrennt, aber die Gruppen sind ja dann eigentlich erst fixiert ab dem Ende der Gnadezeit, oder? Also sprich, ab dort geht jeder seinen Weg in den zwei Gruppen. Die einen sind weiterhin gut, die anderen sind weiterhin böse. Das heißt, du würdest das hier hinten markieren? Soll ich noch eine Wegmarke dran bauen? Nein, nein, da bauen wir keine dran. Ich habe mich jetzt nur aufs Ende der Gnadezeit bezogen, auf die zwei Gruppen wieder. Wo würdest du dann das Sonntagsgesetz hier machen? Ich bin nach wie vor noch unschlüssig, ich bin mir noch nicht sicher. Also bitte, Jutta wartet noch ab, bis ihr alle geantwortet habt. Thomas? Also ich würde sagen, das Sonntagsgesetz ist ein externes Ereignis und deswegen bleibt das Sonntagsgesetz, wo es ist, nämlich am Ende. Aber das Fallen kann schon vorher beginnen, ja. Und du weißt ja die Formulierung. Okay. Bis zum Sonntagsgesetz sind viele gefallen. Also hier haben wir den Fall. Ja, und dann kommt das Sonntagsgesetz. Dann kommt das Sonntagsgesetz. Bis zu diesem Zeitpunkt. Jetzt meldet sich die Sylvie wieder. Wenn man Daniel gebracht hat, dann haben sie schon lange diese Statue gebaut. Man hat das schon lange kommen sehen. Und dann kam der Tag X und dann wusste man, das ist der Test. Und ich denke, so ist es ähnlich wie bei Rainer. Wir wissen, wo es geht. Und wir können jetzt schon erkennen, dass in Amerika bestimmte Gesetze gemacht werden. Das heißt, du stimmst mit Rainer über ein? Ja. Aufbau, du siehst, das Bild wird kreiert und hier ist der Test. Ja. Rainer nochmal? Ja, also jetzt möchte ich das doch nochmal ein bisschen genauer. Weil gerade dieses Beispiel genannt wurde mit dem Standbild bei Nebuchadnezzar. Tag X. Ja, wenn es der Tag X ist, dann muss das Sonntagsgesetz extern passieren. Und dann wird es so klar werden. Gehe ich da jetzt durch mit den Konsequenzen, die nämlich damit deutlich werden? Bin ich bereit, da durchzugehen oder nicht? Also wird es doch aufeinander fallen. Der Test und das Sonntagsgesetz? Das heißt doch, es werden viele fallen. Das heißt dann, die fallen hier. Genau. Das wäre eine... Das heißt, du würdest dann nur so machen. Ja. Und Sibi, du bleibst bei dem? Also ich würde sagen, wenn es formuliert wird, dass man weiß dann, Sabbat, Sonntag, das ist der Test. Dann musst du das in der Innerlichen und so fest sein, dass wenn der Test kommt, das muss schon vorher gezeigt werden. Wenn du es gestanden hast, dann heilst du den Sabbat oder du gehst den Sonntag. Das heißt, du sagst auch Vorbereitung, dann Test. Aline, hast du eine Meinung? Nein, 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 nein. Nur hier. Okay. Ich habe mich alle gefragt. Krista, Oliver, Raquel, Clara, Roland, Iroko. Wollt ihr... Habt ihr eine Meinung? Ja, also der Test ist am Sonntagsgesetz. Ist auch da? Ist auch da, ja, weil das ist ja nicht Exeter, da ist ja die Formulierung erst. Okay, danke, Clara. Ihr anderen wollt ihr auch noch was sagen? Jiroko, möchtest du was sagen? Ist es nicht Boston? Du meinst hier der Test? Nein, Botschaft gegeben, oder? Hier kommt die Botschaft an. Ja. Dann wird sie verstanden, sie nimmt zu, dann wird sie formuliert. Und wir fragen uns jetzt, wo ist dann der Test? Nach der Formulierung? Der Thomas sagt hier noch. Mhm. Okay, machen wir die Auflösung. Und zwar, die Auflösung ist ganz einfach. Wir haben schon viele Boston, Concordor und Exeter erlebt. Das heißt, was können wir einfach machen? Copy, paste. Wir schauen einfach zurück. Und wo wollen wir ganz explizit zurückgucken? Zu welcher Botschaft, wo wir Boston, Concordor und Exeter sehen? Vielleicht die beste Beispiele ist, als FFA gegangen ist. Da guckt jemand die Videos an. Sehr gut, Raquel, dann erzähl uns mal. Gib uns mal die, von der Dispensation, von der du redest, wo FFA gegangen ist. Gib uns mal die Daten von Anfang an. Also, Boston wäre 2014. Wir haben jetzt hier, das ist jetzt ein Beispiel von einer Sichtung. 2014. Und dann eine Botschaft, die ankommt. 2006 wäre Concord, die Zunahme an Erkenntnis. Mhm. Und dann Exeter wäre 2014. 2014? Ja, äh, 18. Entschuldigung. 18? Und Sonntagsgesetz wäre 2019. Das heißt, Sonntagsgesetz. Du meinst das hier? Ja, das meine ich. Aber ich weiß nicht, ob es stimmt. So, die Daten stimmen. Und jetzt habe ich eine Trickfrage. Das ist mein Hinweis für euch. Das ist eine Trickfrage. Wann ist FFA gegangen? Ich würde sagen, schon vorher, weil Sie, es kommt darauf an, ob Sie angenommen haben, die Botschaft, die Sie, die formuliert worden ist, 2018. Wenn Sie das angenommen hätten, könnten Sie, könnten Sie nach 2019 weiter mit uns sich entwickeln haben. Aber weil, weil Sie die zwei verschiedene Stromungen nicht angenommen haben, dann konnten Sie sich nicht weiterentwickeln und mussten Sie 2019 gehen. Danke, Rakel. Danke, Rakel. Ist richtig? Gucken wir gleich. Rudi? Wer ist da? Rainer oder? Ah, Rainer, ja. Der 7. September macht er es offiziell, dass er, also ältester Pippinger, dass er verkündigt, dass er nicht mehr dabei ist. 7. September 2019 meinst du, ja? Genau. Und wenn wir den November nehmen, den 9. November 2019 als dieses entscheidende Datum, dann hat er es vor diesem Datum gemacht. Okay, danke, Rainer. Rudi? Hat das Fallen oder das Weggehen nicht schon 2014 begonnen? Vor allem mit Chat, so langsam? Okay, wir müssen jetzt vorsichtig sein, in welcher Ebene befinden wir uns? Befinden wir uns auf einer größeren Linie, siehe zum Beispiel die Priester? Oder befinden wir uns jetzt in einer Dispensation? Mit einer Dispensation meine ich, befinden wir uns im Flügen, im Frühregen, im Spätregen oder in der Ernte der Priester? Und wir befinden uns hier, nach dem Agrikulturmodell, in der Spätregen der Priester. Und deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass Jeff 2014 schon weg war. Würden wir jetzt aber zu der Dispensation vorher gehen, Dispensation des Frühregens, wo wir wissen, 2001, 2005, 2012, dann wäre das jetzt 2014. Verstehst du, was ich meine, Rudi? Und dann sähe die Dinge ein bisschen anders aus. Silvi, was sagst du? Wann ist Jeff gegangen? 2018 oder 2019? Also im Geist würde ich sagen, 2018 und 2019 hat das demonstriert. So, wir haben jetzt hier ein Dilemma. Wie ich schon gesagt habe, es ist eine Trickfrage. Offensichtlich, vor unseren Augen, sehen wir, dass Jeff hier geht. Ob das jetzt der 9. November war oder der 7. September, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Offensichtlich sehen wir hier eine Trennung, wirklich. Aber eine Trennung findet nie über Nacht statt. Und wir sehen, dass bereits schon hier die Botschaft nicht angenommen wurde. Das Evangelium braucht nur Zeit, um seine Arbeit zu verrichten. Das ist ein bisschen wie Joghurt machen. Du hast den Ansatz und jetzt tust du die, wie nennt man die Bakterien beim Joghurt? Die tut man, wie bitte? Kulturen. Die Kulturen fügt man jetzt der Substanz bei. Aber du hast nicht sofort in einem Moment Joghurt, sondern du brauchst gewisse Wärme, gewisse Zeit, dass die Kulturen die ganze Substanz durchdringen. Und so ist es mit dem ewigen Leben. Sorry, mit dem ewigen Evangelium. Es braucht Zeit, um seine Arbeit zu verrichten. Hier 2018 hat das ewige Evangelium seine Munition vollgeladen und schießt sie ab. Auf die Menschenmenge, um zu entscheiden, wer links geht und wer rechts geht. Aber diese Zeit der Trennung braucht Zeit. Und jetzt ist die Frage, was wollen wir markieren? Den Anfang einer Sache oder das Ende einer Sache? Ähnlich wie bei Ellen White, die gerne den Anfang einer Sache markiert und wir gerne die Bekräftigung einer Sache markieren. Das muss ja der Anfang sein, weil ich habe mich ja entschieden. Die Frage ist, wann entscheidest du dich? Entscheidest du dich? Ich würde sagen, es ist ein Prozess. Ein Prozess, ja. Und wir müssen den Anfang und sowohl das Ende markieren. Es ist nicht so gerade heraus. Aus der Acht lassen, aber ich denke schon, dass der Anfang wichtig ist. Ja, der Anfang ist wichtig. Wann mal? Es gibt das Gleichnis, wo der Weinbauer seine Leute schickt oder zu seinen beiden Söhnen sagt, geh bitte in den Weinberg und arbeite. Wir fahren und wir waren. Und der eine sagt, ja, ich gehe und gehe aber nicht. Und das andere sagt er zu dem anderen und der, geh bitte in den Weinberg nach. Und der sagt, nee, kein Kopf und geht aber dann doch. Aber so etwas ist es. Es gibt einen Prozess der Entscheidungen auch. Eine Frage. Ja, bitte, Roland. Hatte ich dich gerade eben richtig verstanden. Du sagtest, Ellen Weitz zeigt uns den Anfang. Ich hatte das mal so verstanden gehabt, dass Ellen Weitz uns eigentlich das Ende zeigt. Und wir müssen den Anfang, wir müssen den Anfang erkennen, der zu Ihrem genannten Ende hinführt. Danke für die Aufmerksamkeit und die Korrektur. Das ist richtig. Ellen Weitz zeigt oft die Bekräftigung, während wir den Anfang finden müssen. Das ist richtig. Danke, danke. Gut, dann lösen wir auf. Ich habe nicht so richtig verstanden, was Roland gesagt hat. Der Roland hat kurz nur mich korrigiert, dass ich ein Dreher hatte bezüglich Ellen Weitz betont die Bekräftigung, während diese Bewegung den Anfang betont. Siehe die dritte Engelsbotschaft oder die zweite Sonntagsgesetz und so weiter. Ellen Weitz betont die Bekräftigung von Dingen, wir betonen den Anfang, wann die Dinge ihren Anfang nehmen. Also, wenn wir zu Boston, Concord und Exeter kommen, die Botschaft, wenn sie ankommt, ist sie klein und in Kinderschuhen. Dann nimmt sie zu und man fängt an zu verstehen. Aber erst, wenn die Botschaft formuliert ist, verpackt ist, hat sie ihre volle Schlagkraft erreicht. Und wenn sie ihre Schlagkraft erreicht hat, schlägt sie um sich. Und nicht jeder kann diese harte Rede hören. Manche gehen, manche bleiben. Das heißt, von dem Moment an, wo die Botschaft ihre Schlagkräftigkeit erfährt, fängt das ewige Evangelium seine Arbeit an, eine Sichtung hervorzurufen. Leute gehen, Leute bleiben. Und wir sehen die Sichtung vor uns. Und es ist aber ein Prozess bis hin zu dem Punkt, wo Leute gegangen sind, sage ich jetzt mal. Das heißt, wir markieren diesen Pfeil hier als die Zeitperiode des Testes. Bis hierhin. Und wir sehen anhand der Dispensation der Vergangenheit, vor allem an dieser, aber auch die von 2001 bis 2014, wo wir dieses Schema ja auch sehen, dass das stimmt, dass das so ist. Bei Konkord, wenn die Botschaft anfänglich verstanden wird, ist sie süß. Aber bei Exeter hat sie ihre völlige Schlagkraft entfaltet und Leute werden konfrontiert. Mit was werden sie konfrontiert? Wahr. Wahrheit, ja. Aber das haben sie auch hier schon gekriegt, weil das ist Wahrheit, das ist Wahrheit. Es betrifft sie persönlich. Entscheidung. Jetzt, hier ist die Botschaft süß, leicht. Aber bei Exeter bedeutet es, dass sie ihr Leben verändern müssen, ihre Kultur verändern müssen. Jetzt wird ihre Kultur angegriffen. Und dann hat die Botschaft eine Schlagkraft erreicht, die Menschen kaum noch aushalten. Und das ist der Test, worüber sie gehen. 2018 war ein Angriff auf die amerikanische Kultur. Das, wie nennt man diese, Libertarianismus. Ich hoffe, dass ich es richtig gesagt habe. Meine persönliche Freiheit über Gleichberechtigung. Das wurde angegriffen. Informationsströme wurden angegriffen. Und somit, the way of life, die Art des Lebens, wird angegriffen. Und das ist die Schlagkraft des ewigen Evangeliums, wo viele sagen, da machen wir nicht mit. Und wenn sie hier vielleicht noch dabei sind, so macht das ewige Leben, ewige Evangelium, immer mehr seine Arbeit, bis die Dinge offensichtlich sind. Ja, unterstützt noch mit dem, was halt Schwester Weiß sagt, wie die Hügel sagt, so face the law. Fühlen die sich dann, macht das Ganze ja noch schwieriger. Das heißt, machen Sie es jetzt hier weg, damit wir wieder Platz haben. Boston, Concert, Exeter. Dafür hast du das Kuh. Ah, danke. Hier ist der Test. Wir wissen, deine 11, Vers 41 findet hier statt. Sonntagsgesetz. Welches ist diese Wegmarke hier? Wo Boston anfängt für das Sonntagsgesetz. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, weil jetzt bin ich nicht mehr auf der Linie der Priester. Wo ist Berlin? Wo kommt die Botschaft für das Sonntagsgesetz an? Wo nimmt sie zu? Und wo wird sie formuliert? So finden wir raus, wann die Sichtung der vielen passieren wird. Jutta, bitte. Wenn wir jetzt auf der großen Linie sind, dann wäre es ja 1989, oder? Kommt 1989 die Botschaft für das Sonntagsgesetz an. Ach so, du bist nicht. Nee, dann nicht. Sorry. Dann bin ich jetzt durcheinander. Was ist ein zweites Versuch, Jutta? Ich muss erst denken, es geht nicht so schnell. Geht es mit einer Linie der 144.000? Also ich habe an die Linie die 144.000 gedacht und ich würde sagen, es fängt schon, also wenn man denkt, dass Ostern ist das, was du fragst, wäre 2001. Rainer, stimmst du dem überein? Der Rakete? Okay, wenn wir nur auf der 144 sind, dann sind wir ja im Frühregen bis zum Sonntagsgesetz. Ja. Und dann muss ich Posten auf den 11. September setzen. Ja, perfekt. Also haben wir hier 2001. 2001 kommt eine Botschaft an. Wann nimmt Ihre Erkenntnis zu? Wann nimmt die Botschaft über das Sonntagsgesetz zu? Rainer? Dafür? Datum? Ein Jahr. Ein Jahr, genau. Ja, 2019 war das eine, dann ist das 2014. Nein, 2014 gibt es doch nicht auf der Linie. Es kommt genau auf welches Sonntagsgesetz. Da der 11 plus 41. Aha, das ist die Linie doch nicht. Ja, das ist die Linie doch nicht. 2014 oder 2019? Pamium ist 2019. Und das ist dann die Formulierung. Und jetzt kommt noch Raffi, jetzt bin ich gerade etwas daneben, aber es kann ja nur... Nein, Entschuldigung. 2019 und 2021 ist es. Also Concord 2019. Genau. Und die Formulierung der Botschaft? 21. 2021. Das ist die, wenn wir zu Boston, Concord und Exeter gehen und unsere Linie der 144.000 verstehen, dann wissen wir, die Botschaft über das Sonntagsgesetz wird seit 2001 bis zum Sonntagsgesetz zusammengebracht. 2019 erkennen wir was über das Sonntagsgesetz. Was? Es geht um den Sabbat und Sonntag. Zunahme der Erkenntnis. War das einfach? Nein. Ja, das war klar. Das war einfach. Hat es uns herausgefordert? Also was ist genau die Botschaft? Kannst du nochmal... Wir gehen nochmal zurück. Trudi, was hast du nicht verstanden? Welche Botschaft kam 2001 an? Ich sehe das gerade im Moment nicht. Hier kommt eine Botschaft an bei Boston, die zunimmt. Oft sieht man die Botschaft erst, wenn sie zugenommen hat. Das beste Beispiel ist die erste Engelsbotschaft, die 1798 laut Elmweit ankommt, aber bis später erst in den 1820ern erst von William Miller aufgegriffen wird und verstanden wird. Das heißt, eine Botschaft kommt an und braucht, bis sie erkannt und zugenommen hat. Und das sehen wir 2019. 2019 sehen wir, wie die Botschaft über das Sonntagsgesetz zunimmt. Wo wir verstehen, worum es um das Sonntagsgesetz geht. Und wir verstehen, es geht nicht buchstäblich um Sabbat und Sonntag. Und die Frage ist, war das etwas, was wir annehmen konnten, was einfach war? Ja, das war sonnenklar. Ja. Warum? Warum ist es sonnenklar? Weil es uns gefallen hat. Raquel, hat es gefallen? Nein, ich würde sagen, weil wir die Methode bestanden haben und das Begleichen und Gegenüberstellen. Von wem haben wir, dass es nicht um Sabbat und Sonntag geht? Von wem haben wir das denn herausbekommen? Noch eine Dame weiter, die schon gestorben ist. Von Ellen White selber. Weil wir ihre Bücher verglichen haben. Und wir sehen, sie benutzt die gleichen Symboliken, aber andere Ereignisse. Das heißt, sie selber gibt uns den Hinweis. Und das war das mit geistliche Gaben, ne? Ja. Geistliche Gaben und großer Kampf. Wenn wir das wieder an der Verglichen haben, haben wir gesagt, okay, es gibt ja zweimal ein Sonntagsgesetz im Grunde genommen. Also kann es das dritte nicht sein, dass es um Sabbat und Sonntag geht. Das war nämlich 1888 schon Sabbat, Sonntag. Und dann 2021, wann wurde die Botschaft formuliert? An welchem Tag? Nein, das war nicht. Ich frage, was fragst du? An welchem Tag im Oktober wurde die Botschaft formuliert? Rainer? Von 24. Okay, ich hatte den Rainer gefragt. Ja, das war Frankreich, 10. im Oktober und den 27. 27. Also zumindest sind die Videos auf den 27. taktiert im Internet, aber es könnte auch verkehrt sein. Ja, 24 war schon der erste Vortrag vom Feminismus. Da war das Camp Meeting noch nicht, hat noch nicht begonnen. Raquel, was sagst du? Es hat angefangen am 24. Und dann am 27. war die zweite radikale Feminismus. Aber es war ein ganzes Seminar. Ich weiß aber nicht, wie lange das war. Ich bin mir jetzt unsicher geworden. Der Grund, warum ich unbedingt ein Datum markieren wollte, ist folgender, weil wir wissen, dass genau vier Monate später die Pandora Box Papers veröffentlicht wurden. ein Artikel darüber. Und ich meinte, das wäre der 24. Februar gewesen. Jetzt bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Ich weiß nicht, ob jemand kurz das nachschauen kann. Du hast gefragt, wann die Formulierung war, ja? Ja. Es war 24. und 27. Oktober. Okay. Halten wir 24, 27. Oktober fest, beziehungsweise Oktober? Weil da um die, um, ja, warum die Daten? Was ist da passiert? Da wurde uns gesagt, worum es im Sonntagsgesetz geht. Also 2019 lernen wir, dass das Sonntagsgesetz nicht buchstäblich um Sabbat und Sonntag geht und Oktober 2021 bekommen wir die Botschaft, was der Test ist. Und an diesen Daten präsentiert Tess über den radikalen Feminismus. Und ich weiß nicht, ob ihr versteht, was das für ein Pulverfass ist, diese Erkenntnis, die wir haben, weil das bedeutet, das Sonntagsgesetz, wie viele, die fallen, sind Mitglieder der Bewegung von wann bis wann? 19 bis Das haben wir hier nicht gelehrt, deswegen sind wir erst hier durchgegangen, damit wir hier die richtigen Antworten geben können. Von wann bis wann fallen die viele? In Daniel 11, Vers 41. 21 bis Sonntagsgesetz. Da ist es formuliert. Ab hier? Ich muss erst mal, wenn du weißt, was ich bin. Bis hier. Aufgrund des Testes des radikalen Feminismus. Das Ganze ist fast ein Dreivierteljahr her. Und wir haben nicht mehr viel Zeit bis zu diesem Zeitpunkt. Und wir sind in diesem Test. Und es sind nicht irgendwelche Leute in der Adventgemeinde, es sind nicht irgendwelche Gruppen, die wir nicht kennen. Es ist vor unserer Tür. Wir stecken knietief drin in diesem Test. Jeden Tag wird unsere Gnadenzeit, was diesen Test angeht, kürzer. Und wenn wir radikalen Feminismus nicht verstehen und praktizieren, sind wir Teil derer, die am Sonntagsgesetz zu denen gehören, die gefallen sind und nicht den lauten Ruf nach dem Sonntagsgesetz geben. Hat das Sinn gemacht? Gibt es noch irgendwelche Fragen oder Kommentare? Ja, ich würde das gerne in einem nächsten Vortrag dann weiterführen. Okay, wenn wir wissen wann, also jetzt wissen wir ungefähr den Zeitpunkt, warum und wo wir stehen und wie sieht jetzt, wie, ja, können wir nochmal zusammenfassen diesen radikalen Feminismus, was das in unserem Leben alles bedeutet? Heute geht es nicht mehr, wir haben schon halb eins. Meinen die ja. Nicht jetzt, sondern da ein Paket. Das Problem ist, wir wollen eine Liste haben mit den Lösungen, die wir an unserem Test brauchen. Und da sage ich, das gibt es nicht. Was du hier verstehen musst, ist nicht eine Liste, wie du dich benehmen musst. Was du hier verstehen musst, ist eine Kultur. Deine Kultur wird hier konfrontiert. Du hast eine sexistische Kultur und die wird herausgefordert, dass du die ablegst. Und wenn jemand auf dich zukommt und sagt, deine Kultur ist sexistisch, leg sie ab, dann wirst du mit dem ewigen Evangelium konfrontiert. Und entweder du fällst den Demut hin und tust Buße und legst deine schweren Sünden ab oder du sagst, mir gefällt meine Kultur und ich will meine Freiheit ausleben. Aber du bist diejenigen, die nicht mehr zu Gottes Volk gehören am Sonntagsgesetz. Es geht um unsere Kultur und niemand, nicht eine Person dieses Globus, ist frei von einer sexistischen Kultur. Deswegen ist dieser Test so weitreichend, so global, den jeder adressiert wird. Bei einem Sabbat-Sonntag-Test würde nur die christliche Welt konfrontiert werden. Ganz Indien wird nicht christlich werden. China auch nicht. Oder China oder die ganzen asiatischen oder Native-Religionen, Naturvölker. Aber jedes Volk dieser Erde ist sexistisch. Jede Kultur dieser Erde ist sexistisch. Egal, welche Religion sie haben. Somit wird jeder getestet. Jeder wird mit dieser Wahrheit konfrontiert. Das ewige Evangelium wird an jedem arbeiten. Okay, was ist dann mit die aus der Hand entweichen? Edom, Moab und... Das ist der Punkt, wo ich sage, tun wir beten. Fortsetzung voll. Zum Beispiel. Herr, wir danken dir für die Botschaft, die du uns gegeben hast, die Methode, dass wir entschlüsseln können, wo wir in der Erdgeschichte stehen und was du von uns zu dieser Zeit verlangst. Herr, wir stehen tief in diesem Test und erstens sind wir uns dessen nicht bewusst, dass dieser Test über uns schwingt. Zweitens sind wir alle sehr sexistisch und haben unsere Kultur nicht abgelegt. Und die Zeit läuft ab, dass wir diese Kultur Veränderung durchnehmen. Wir danken dir für die Mitternachtsruf-Botschaft, die uns damit konfrontiert, auch wie schmerzhaft es sein mag. Aber hinter diesem Schmerz liegt deine Liebe, dass wir uns verändern und bereit werden, ein Leben im Himmel leben zu können. In völliger Gleichberechtigung. Ich bitte dich, dass ein jeder diesen Wunsch und Tatendrang verspürt, seine Kultur zu verändern, die dir wohlgefällig ist und die uns für den Himmel auch fähig macht. Bitte sei mit einem jeden in diesem Kampf und helfe uns, dass wir einander unterstützen und in dieser Veränderung helfen, dass keiner verloren gehen möge. In Jesu Namen danken wir dir für diese Dinge. Amen. Amen.